Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio D.A.R.C. angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen deutschen Amateur-Radio-Clubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Die Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert Delta Foxtrotz 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio D.A.R.C. sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 Kilohertz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Mehrere Infos hierzu auf der Radio D.A.R.C. Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Wir wären sehr an technischen Details wie der Feldstärke und der Empfangsqualität interessiert. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio.d.a.rc.de. Nochmal radio.d.a.rc.de. Bitte geben Sie, sofern vorhanden, Ihr Rufzeichen an, damit der Versand über die QSL-Vermittlung des Clubs erfolgen kann. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio.d.a.rc.de oder auf Facebook unter d-a-r-c-e-v. Auf Wiederhören. Moin. Tschüss. Servus. Und 73 gut.dx. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017